Musik 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 Zwei Jahre mussten wir pausieren, aber jetzt sind wir wieder am Start mit der 57. Stahlwächterparty in der Landesvertretung zu Baden-Württemberg. Einer der großen Events im politischen Berlin und der Andrang ist enorm. Wir freuen uns riesig. Das ganze Haus ist elektrisiert. Schon seit Wochen sind wir in der Vorbereitung und jetzt ist der Abend gekommen. Musik Einen Wermutstropfen. Wir haben den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine mit den schrecklichen Bildern und den Kriegsverbrechen. Das ist natürlich bei uns in Erinnerung. Wir haben zwei Partnerschaften mit ukrainischen Städten von Mannheim und Freiburg und die Möglichkeit gibt es diese zu unterstützen. Und ich bin mir sicher, dass viele Gäste das auch tun werden. Was ist das für ein sehr gutes Motto gefunden mit Transformation, Innovation und Erfindung? Weil erstens ist das, was wir mit Baden-Württemberg verbinden, was wir auch stolz drauf sehen, was wir auch zum Beispiel als Daimler Truck, als zutiefst baden-württembergisches Unternehmen auch jeden Tag umsetzen und leben. Ich glaube, wir sind hier im sehr, sehr guten Dialog mit der Politik dabei, was Förderung dieser Transformationsprozesse, die wir gerade was Klimawandel angeht, mittendrin stehen in was, was epochal ist. Also ich möchte es jetzt nicht wirklich, das ist so wichtig wie damals als Daimler und Benz, auch aus Baden-Württemberg, vom Pferd auf den Verbrennungsmotor und wir gehen jetzt vom Verbrennungsmotor in die elektrische CO2-freie Zukunft. Es geht nicht mehr um die Frage, ob die Klimagrise stattfindet oder nicht und wann sie stattfindet, sie hat bereits stattgefunden. Wir merken das an dem drastischen Wetterphänomen, nicht weit weg, sondern bei uns hier in Europa, siehe die Bilder aus Norditalien. Die gute Nachricht ist, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen, um die Folgen abzumildern, um dafür zu sorgen, dass es nicht ganz außer Rand und Band geht. Wir haben die Technologie, wir haben die Start-ups, wir haben das Wissen, wir haben die Hochschulen. Was wir jetzt noch brauchen, ist der politische Willen, es umzusetzen. Die Bundesregierung hat es sich vorgenommen, in der Landesregierung Baden-Württemberg hat es einen starken Partner. Jetzt heißt es machen. Das neue Reden ist umsetzen. Wenn ich an Baden-Württemberg denke, dann denke ich zum einen an meine Heimatstadt Schrambeer, in der ich aufgewachsen bin, zur Schule gegangen bin und dann an Freiburg, wo ich viele Jahre als Abgeordnete gearbeitet habe. Inzwischen lebe ich in Berlin, aber ich denke wirklich sehr, sehr gerne an die Zeiten in Baden-Württemberg zurück. Und manchmal glaube ich, es wird auch irgendwann wieder in Baden-Württemberg weg. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.